Okay. Alles klärchen. Überhaupt nicht gruselig. Füße abtreten? Nö. Hier war grad irgendwas zu hören. Da, bitte. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab keine Ahnung, was die da gerade machen. Okay. Bin ich an die Kamera gestoßen. Sorry. Äh... Was witzig ist, das kann ich wieder lesen. An den Pfarrer Propheten Sullivan Knott. Ja gut, den Namen kann ich nicht lesen. Lairo oder Lard? Okay, Moment. Ach, laiert Byron. Niedergeschrieben von Nick Tremblay. Danke für die... Ja okay, gut, das kann ich doch nicht lesen. Danke für die Kopien deiner Evangelien, ich habe sie an denen unter uns weitergegeben, die noch genug Hirn und Augen haben, um sie zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein. Nicht nur für die Kommunion, sondern auch, um unsere Schmerzen zu lindern und unsere Wunden zu desinfizieren. Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast, und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor meiner Stimme und den Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, bevorzuge ich den sanften Weg. Du bist Gottes Meistgeliebter und eine heilige Gabe an uns allen. Lairo. Gibt's noch mehr dieser Kommunen, oder was? Oh Gott. Sollte ich mich im Weichenstuhl verstecken, oder nicht? Gott. 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 Wer ist da? Wer bist du? Mein Name ist Blake. Die Outsider? Ja? Der Vater. Ich bin kein Vater von jemandem. Ich habe nur... Ich habe mich... 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 Gott ist zurück... Gott ist zurück... mit Mary. Er wird sie und ich spreche. Gott. Wenn du mich töst... Er wird sie nicht verletzt. Bitte. Aber wie soll... Wie denn? Wie? Wie? Wie soll ich die denn... ihn denn umbringen? ihn denn umbringen? Oh shit. Ich habe es gewusst. Wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Wir versuchen sie zu fliegen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Nicht die Worte von einer Frau, unverdengt von einer Immaculativen Conscience. Mary. Oh Gott. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich nicht... Ich werde sie weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin sorry. Ich habe mich nicht... Gott liebt Vanity. Ich bin. Die Frau von der Bedeutung hat diese Welt in ihrer Wombe. Aber Val und seine Apostolik haben die Unbezogen. Die Fienden ist weg. Sie wird sie weg. Sie werden sie schmerzen. Sie werden sie schmerzen. Wir haben nur diese wenige Zeit. Wir haben sie nur einen Moment. Und sie. Und sie. Und sie. Und diese Paradies. Von Hell zu Ende. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo hat Val sie? Ich kann. Ich kann. Ich kann. Das ist für Sie, Josiah. Und tail På al. Und vers knockedet mich. Tönen! Tönen! Tönen sie? Wo ist sie? Die Mutter, welche Wombe des Antichristen! Tönen sie! frei! Butter, das Händenzelte announcing! Tönen sie! Die Rebellion! Forne SDie Duer um mich! Der ist mein Enemy! Der ist mein Enemy! Der ist mein Enemy! Der ist mein Enemy! Oh Gott! Bitte! Where ist die Frau? Wo ist die Frau? Stop! 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 Ich will dir sagen! Ich bin sorry, Harry! Ich bin so sorry! Wo ist die Frau? Die Minden! Die Minden! Die Minden! Valhazard in die Minden! Sie werden sie nie wiederholfen! Nicht vor dem Geheimnis! Wir sind die Hand der Herrschaften! Wir können nicht verlieren! Der Welt stirbt! Der Welt stirbt! Danke, Sir! Das ist amerikanisch! Verdammte Scheiße! Die Minden! Woher sind die Minden? Das frage ich mich eben auch! Das war jetzt instinktiv, hatte ich mich jetzt hier versteckt! Oh Gott! Davon mache ich jetzt mal kein Video! Ich mache höchstens davon ein Video! Vielleicht von den Beinen! Vielleicht von den Beinen! Oh Mann! Warum geht das? Ich kann immer... ...hörten Frauen, um die Männer zu verletzen! Es ist krank! Es ist schmerzhaft! Es ist schmerzhaft! Oh! Du verarschst mich jetzt, oder? Lauf! Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne! Ich renne einfach! Das sieht gut aus! Schnell! Oh shit! Lauf! Oh Gott! Die sind direkt hinter mir! Oh! 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 Oh bitte! Ha! Loser! Dass ich jetzt wieder instinktiv den Weg gefunden habe, überrascht mich selber! Oh nein! Nein! Ja, jetzt nur die Frage! Wohin? Also die Batterie haben wir ja mitgenommen! Also gehe ich davon aus, dass ich jetzt einfach hier rüber soll? War glaube ich sogar richtig! Ja, du machst hier den an! Böse! Okay! Wohin? Äh... Wohin? Wohin! Wohin? Wohin! Wohin! War die hier nicht schonmal? Ah, man kann nicht reingucken! Ich kann nicht hineingucken. Mist. Geh doch rein. Oh. Okay, wir wissen, draußen beim... Sicher ist sicher. Am Ende ist hier drin einer, da hab ich ein Problem. Oh, guck dich die ganzen Kinderbetten an, oh der Scheiße. Wahnsinn. Oh Gott. Komm ich nicht vorbei. Scheiße, wie soll ich da vorbei? Was soll ich denn da vorbeikommen? Oh, no children, sleep in hell. Way down yonder, down in the valley, there's a poor little lamb. Crows and cows are plucking at her body. Poor little lamb. Kann ich das abschließen? Boah, hier auf so'n Sch... Oh Gott. Mist. 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 keine ahnung wo ich bin ich sehe nichts keine ahnung wo ich gerade rumeier ich kann hier wieder nichts sehen nichts erkennen ich glaube da kommt einer ich bin mir nicht sicher ich will es aber auch gerade nicht ausprobieren ich bin mir sicher ich bin mir sicher 1, 2, vielleicht 2 oder 3 von den Pennern. Okay, so weit, so gut. Irgendwas vibriert hier. Ich mach lieber mal so. Ah, ich muss da durch, hä? Oh, nee. Aha. Komisches Kurbelrädchen. Eine Batterie. Eine Taschenlampe. Hier kann eigentlich niemand rein. Ich hab beide Dinge abgeschlossen. Aber wie halte ich das jetzt an? Muss ich da durch? Nee. Doch. Es muss eine Möglichkeit geben, das irgendwie zu stoppen. Oh, shit. Ah, so eine Kacke. Okay, äh. Aha. Aha. Ach, wiederholt. Vierkdrücken, echt jetzt? Das muss ich den Trick machen. So, das Wasserrad ist jetzt gestoppt. Ach, verdammt, die verfolgen mich schon wieder. Okay, 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 ich laufe. Ich hab doch keine Ahnung, wohin. Was ist da durch? Kann ich hier nirgendwo verstecken? Oh, oh. Okay, erst mal kurz, kurz in die Ecke. Okay, äh, wie viele Batteries... Ruhig zu den Minus, irgendwo hier. Ah, das war das nur mit die Knotz-Evangelium. Hier können ihr euch in aller Ruhe durchlesen. Okay. Äh. Waren das hier mit den Batterien? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall ist hier stockdunkel. Okay, ich hoffe, ich hab einfach noch ein paar. Ich geh jetzt einfach mal davon aus. Ich werd wahrscheinlich grad Unmengen Zeugs bepasst haben. Okay, ich muss das Tor aufbauen. Alles klar. Ich bau'n Haken. Da liegt noch die Batterie. Ich glaub draußen war ein Haken. Das ist was Mieses. Muss doch irgendwo so ein komischer Fleischerhaken sein oder so Kram. Halt. Schon wieder von diesem komischen Evangelium? Moment, nur für euch. Ähm. Ja, sieht man voll gut. Moment. So. Okay. Ähm. Batterie und Verband. Aber kein... Kein Haken. Ausnahmsweise suche ich den Haken an der Sache. Haha. Ich hab keine Ahnung mehr, von wo ich überhaupt hergerannt bin. Irgendwas sagt mir, dass die Aldi hier rumschleicht. Ich bin von hier gekommen, oder? Ja. Mach das nie wieder. Charakter. Rauf. Noch ne Batterie? Also das Geräusch deutet eindeutig darauf hin, dass die Aldi hier rumschleicht. Aber wo der verdammte Fleischerhaken ist, weiß ich nicht. Es gibt nur noch den Weg da vorne links. Das einzige Weg, den wir noch gehen können.